So, hallo! Ne, warte mal. Was denn? Guten Morgen, ihr Spachtel-Leute. Willkommen zu einem neuen Video mit der Hilde. Spachteleier sind lecker. Ja, ihr seht mal einen schönen Weihnachtsbaum, wir spielen GTA. Ja? Ja, also ich suche an, mein Motorrad liegt glaube ich auf irgendeinem Dach, aber ich komme noch nicht hoch. Und ja, das wird die ganze Folge heute passiert. Wir holen uns, ähm, das Motorrad vom Dach runter. Ja, 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 reife mal zu der Hilde hin. Äh, ich lefte die Lobby direkt. Das hier wird heute glaube ich ein kleines Best-of werden hier, schätze ich mir auch. Nein. Ey! Du kriegst da also... Ich weiß, du... Ne, ich mach'n Depp! Voll, du kippst, du, äh, knallst da so mit den Füßen voran auf den Boden und kippst dann einfach so richtig lasch um. Bullseil! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da meine ich Jungs hier nochmal ein kleiner Rückblick von GTA von früher von GTA da also wir hatten früher und früher GTA Ja hier kurzer Ausschnitt Hiiii Hallo Das war der Ausschnitt Mann das Ding sieht aus Hey was will der Typ Haha Och mann Prrrr Kommst du da kurz auf mich Papa Ja Wie mahne ein NOT novo IMC Wie UND CE Hey could you get drive the out of the door Oh Danke Bruder Warte Brief N cent Hey Herr ist auch 세리�rale Kann ich dich leider nicht folgen. Holst du mich dann ab, Schatz? Ja. Ich hol dich ab. Ja, ist okay, ne? Also! Seht ihr, was ich da sehe? Das ist ja voll geil! Haben wir ein Flugzeug bestellt, oder? Fahr nochmal schnell tanken. Auf deinen Nacken, ok? Ja, ja. Wenigst du mir noch ein Müsli-Riegel mit? Junge! Vorfahrtklauer. Boah, der Parkplatz. Für alte Chicks. Schändel, man. Servus, Antonio. Ich muss noch kurz ein bisschen Geld abheben. So, an die Fans, guckt mal. Mein PIN-Code ist mein Gewicht. Das Geld schweißt. Ich betrink mich. Ich komm mit. Was ist heute im Menü? Spicy Meat, Banana, Beef, Kebab. Kebab. Melon, Melonboot, Cream Pie, Hot Fudge, Brownie. Beef Kebab. Guck mal, da hinter dir. Jesus. Ey. Oh, nee. Gut, gehen wir dann wieder. Ich wollte doch ein Bild von uns machen. Jetzt, das war was. Gut, gehen wir wieder. Yep. Oh, oh. Was ist denn heute hier los? Ey. Ja, alles klar. Ey. Ja, alles klar. Hi, Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten GDR 5 Let's Play. Ich bin zwar erst 8, aber meine Eltern wissen es auch nicht. Tach, du Scheiße. Hey. Sie haben so eine schöne... Klotze. Mach mal Letzterortsbornort da immer an. Letzterortsbornort. Ah. Inkaratschi. Inka... Inkaratschi. Inbaratschi. Buchen, Braun. Inparatschi. Oh Gott. Boah. Ja, gut. Jetzt bin ich in den Baum gefahren. Verkackt. Ja, Freunde. Die Prankbros. Ey. Ja, mein Motorrad geht auch gleich weg. Ja, ist gut. Hier geht's glaub ich knapp. Ich glaub das ist auch die echte Ausfahrt. Ah ja. Das ist eigentlich wirklich ein Lied oder ist sie nur dick. Nein, die reimt einfach nur was. Wenn's das wirklich gibt. Im Baratschi, Matschi, Matschi. Warte, ich hole dich. Fall einfach gegen mich, dann fall ich runter. Ja, so, Herr Schlierbach. Steigen Sie doch einfach hinter mir jetzt direkt ein und genießen Sie einfach den Flug. Oh, Champagner, her damit. Ich würde das mir eher so... Sie folgen, Kratzer, Streifen, wir mahnen einen auf... Nein, oh nee, den kann ich jetzt nicht bringen. Danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses etwas längere Video gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann lass doch eine Bewertung da. Positiv oder negativ. Hilde, willst du noch was sagen? Ja, macht's gut. Und liked. Tschau. Nicht an! Oh, ich flieh zum Himmel! Ich kann mich hinsehen! Die ganzen Leute denken, du wärst ein Monster. Aber bist du meine Schnacke!